Der W25 von Mercedes-Benz ist ein Klassiker im Bereich des Rennsports. Und diesen Klassiker, diesen Silberpfeil, hat Mercedes-Benz jetzt als Kinderrutscher nachempfunden. Ein extrem hochwertiges Kinderspielzeug für Kinder zwischen 2 und 4 Jahren als Kinderrutscher, aus Metall gefertigt, mit einem Kunstledersitz. Wir haben dieses hochwertige Kinderspielzeug für euch jetzt aufgebaut. Man sieht einmal hier den Metallkorpus. Ich klopfe mal dagegen, dann hört man das auch schön. Es ist eben komplett aus Metall produziert. Auf der Vorderseite ist das klassische Mercedes-Benz-Logo als Plakette mit angebracht, wodurch eben der Rennwagen auch entsprechend erkennbar ist als klassischer Rennwagen. Man hat einmal die wunderschöne Silberpfeil-Silhouette mit dem angedeuteten Tank hier hinten, der verkromt ist, dieses Kunststoffteil. Man hat eben den Sitz, der produziert ist aus Kunststoff in Cognac-Farbe. Und jetzt zeige ich euch einmal die entsprechenden Details. Dann haben wir einmal die Flüsterreifen, dass das Fahrzeug eben schön leise durch die Gegend rollt. Das Kinderspielzeug oder Kinderrutscher hat ein Gewicht von 8 Kilo, ist damit eben extrem stabil und fällt auch nicht um. Das Lenkrad ist aus Metall produziert. Man sieht eben hier schön, wie leichtgängig die Lenkung ist, hat eben den Sitz, den ich gerade schon gezeigt habe. Und hier eben die angedeuteten Motorrillen und die 22, wodurch das Fahrzeug eben wunderschön als Rennwagen erkennbar ist. Die Länge ist 90 cm, die Höhe 41 cm und die Breite 38 cm und ist geeignet für Kinder von 2 bis 4 Jahren. Bestellt jetzt diesen Kinderrutscher im Rosier Onlineshop. Rosier – Leistung, die bewegt.